Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist 2.05 Uhr, Dienstagmorgen. Wir haben seit 15 Uhr verhandelt. Am Ende ist es beim Thema Geld geplatzt. 3,5 Prozent für 19 Monate, 1.000 Euro Inflationsausgleichsprämie. Das ist nichts, mit dem wir heute hier rausgehen können. Das ist nichts, was wir euch als Ergebnis vorstellen können. Deshalb gilt es ab jetzt für euch, wir brauchen die 24-Stunden-Warnstreiks. Wir brauchen euch auf der Straße, wir brauchen gute 24-Stunden-Warnstreiks, damit wir am Freitag beim Geld zu einem besseren Ergebnis kommen. Ich zähle auf euch.